Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu unserem virtuellen Konzert in dem wunderschönen Schlosssaal in Nichenhausen. Wir möchten Ihnen ein Konzert-Erlebnis bieten, bei Ihnen zu Hause, aber wir spielen hier im Schlosssaal. Wir spielen als erstes Stück die Suite von Georg Friedrich Händel in D-Dur mit den Sätzen Aubertüre, Schick, dann Herminouette, dann kommt ein Bourree und zum Schluss noch ein Marsch. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 . 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 Vielen Dank für Ihren virtuellen Applaus. Als nächstes Stück spielen wir einen Klassiker von Johann Sebastian Bach. Jesus bleibe meine Freude. Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus bleibe meine Freude. 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 Als nächstes Stück hören Sie ein Klavier-Solo-Stück und zwar von Johann Kunau, die biblische Sonate Nummer 4. Der Tod, der Todkranke und wieder genesene Hiskias. Kunau hat in dieser Sonate den berühmten Choral O Haupt voll Blut und Wunden eingebaut. Stephanie Knauer spielt das Knauer spielt das Knauer und nun wünschen ich und Stephanie Knauer Ihnen viel Spaß mit dieser wunderschönen Klaviermusik. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch herzlich begrüßen und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit dem Allegro, dem letzten Satz aus dem Concerto von Giuseppe Torelli. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, nun verabschieden wir uns von Ihnen und zwar mit zwei kurzen Stücken aus der Heldenmusik von Georg Philipp Telemann. Einmal für alle, die sehr tapfer sind im Moment, die Tapferkeit und das sind sehr viele, fast alle denke ich, auf diesem Erdball. Und zum Schluss noch die Hoffnung von Georg Philipp Telemann. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und wir hoffen, wir konnten Ihnen ein kleines Sofa-Konzert aus dem Schloss Saal Nichenhausen bieten. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018